Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Resident Evil 7. Ja, wir müssen jetzt zur Party. Hier antwortet keiner, ich wollte es mal gerade wieder probieren. Wir haben rot und blaue Zugangskarten. Problem ist, draußen lauern gerade ein paar von diesen schnellen Infizierten rum. Trotzdem sehe ich die gerade nicht. Okay. Mensch. Mensch. O. Oh, Mensch. Alter, wirklich? Noch eine? Oh Gott, okay. Ich höre schon die Party, die hier abgeht. Wird Zeit, die Party zu crashen. Wir sind jetzt schon angeschlagen. Ich würde eigentlich gerne... Ach, weißt du was? Komm. Wir haben zwei stärkere Haltrenke. Also stärker als nein. Ein Kraut für Notfälle. Und hoffentlich genug Munition. Let's Play. Mach ich gerade. Muss nicht noch mehr... Let's Play im Let's Play muss ich nicht machen. Passt schon. Die Musik ist sehr laut. Musik ist sehr laut. Musik ist sehr laut. Wellsige Ethan, Ethan, warte, warte, warte. Ich hab etwas für dich. Schau doch mal her, was ich habe. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was Zoe damit anstellen will? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan, das ist nicht besonders. Das, das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan, nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurückdrehen will, wie es früher war. Zoe ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will, zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, Ethan, du kannst, äh, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen. Aber du wirst, dampf noch mal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Du kommst schon, Ethan. Was sagst du? Na gut, war klar, dass der Fernseher explodiert. Die Untertitel sind sehr, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Vielleicht schalte ich die ganz aus. Weil so bringt sie genau gar nichts. Weißt du was? Komm, das mach ich jetzt einfach. Ist mir, sorry, aber Audio? Nee. Sprache. Das wäre wohl Anzeige, oder? Oder auch nicht. Bei der Grafik. Wird mich wundern. Sprache. Untertitel. Aus. Muss ich wohl tun. Weil es wird nicht besser. So, jetzt müssen wir an ihm vorbei. Diese komischen Papierwände hier sind, äh, halten wahrscheinlich auch nichts aus. Hm. Sehr einfallsreich. Ich meine, ist ja nur eine Bombe. Ah. Hier könnte irgendwo das Versteck sein. Erstmal einen epischen Limbo-Move. Und ich hab so das Gefühl, wenn nur einige Fallen auf uns lauern. so. Toll. Pistolen, Kugeln. Sonst ist hier nichts. Okay. Da oben ist es. Okay. Ich weiß, wo der Schatz ist. Zumindest. Kann ich hier durch, ohne dass ich draufgehe? Geht. Sind zum Glück sehr leichte Fallen bis jetzt. Also, wer auch immer da reinfällt. Die ist hier tief gelegt. Ich glaube, ich muss hier auf, äh, erstmal, so. Uh. Reparaturkit. Wir haben eine defekte Pistole. Und jetzt können wir die auch reparieren. Das wird nicht gut. Alter. Den hab ich jetzt fast nicht erkannt. Äh. Alter. Toll. Das hat nicht so geklappt, wie es hätte klappen sollen. Habe ich direkt sogar beide ausgelöst. Wir sind angeschlagen, aber nicht angeschlagen genug für ein verstärktes, äh, für ein verstärktes Arznei. Lassen wir es so. Das ist bestimmt eine Falle, oder? Ne. Das war eine Falle. Aber jetzt. Ich meine. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und da hier gespeichert wird, nehme ich einmal stark an, dass es gleich zum finalen Kampf kommen wird. Toll. Und wie genau? Soll ich hier durch können? Ich meine, ich kann hier rein, aber da nicht. Nicht. Du willst mir doch nicht sagen, dass ich das hier... Ich habe keinen Schaden gemacht. Ich wusste nicht, dass es geht. Hätte ich vielleicht mit allen machen sollen. Aber gut. Perfekt. Wir haben hier... Zeit, um uns zu sammeln. Ich nehme... Ich nehme... ...eine... ...stärkere Arznei noch rüber. Die defekte Pistole schnappe ich mir. Da kann ich mit dem Reparatursatz kombinieren. Mal sehen, was ich da rauskriege. Eine... ...bisschen Chemie. Und sonst brauche ich nichts, oder? Da unten geht es ja noch weiter. G17. Granatwerfer. Könnte ich jetzt eigentlich mitnehmen. Könnte ich mal austesten. Ich habe auch noch starke Chemie. Und sehr viel Munition für Pistole. Die kann ich auch alles reinhauen. Zwei starke Arznei habe ich auch noch. Ich habe noch ziemlich viel. Flammgranaten. Festbrennstoff. Problem ist, ich habe noch eine Granate. Ich könnte noch so eine... ...säure Giftgranate herstellen. Aber will ich eigentlich nicht. Eine... ...ist vielleicht schon geladen. Ich muss nachschauen nachher. Erstmal... ...kombinieren. Reparatursatz kombinieren. Defekte Pistole. Für die M19. Relativ kraftvolle Pistole. Komm, wieso nicht? So, haben wir noch eine Pistole dabei? Bevor ich jetzt noch weiter Dinge tue. Pistole. Pistole. Ich brauche den Granatwerfer wirklich nicht. Sorry, aber... ...es gibt Besseres. Ich könnte noch mehr Pistolen-Munition herstellen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. So, ist das die hier? Ja. Immerhin sortiert. Gut. Kombinieren mit... Das hier mit dem Kraut. Das hier mit dem Schießpulver. Okay. Ich bin bereit. Ich würde gerne noch abspeichern, aber... ...kann ich wohl nicht. Und jetzt ist nur das Hauptproblem, dass ich hier nicht weiter kann. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Na komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. Sogar hat die... Ne, es ist nicht der Untertitel, der Asynchron ist. Sondern die Audio. 0... ...8... ...14. Toll. Und jetzt? Nee, das ist der Raub. Ich will nicht in den Raum. Was waren die anderen Zahlen? Ich hab doch keine Ahnung. Das ging so schnell, das konnte ich mir doch niemals merken. Ich musste nur einmal fehlschlagen. Gut. Immerhin ist das Spiel fair. Bitte keine Explodierenden. Danke. Ich sag's noch. Das Problem ist, hier ist alles mit Sprengstoff versehen. Das heißt, alles und jedes Detail will mich killen. Das hier zum Beispiel. Ja, das bringt nichts, wenn ich... Ich kann auch einfach rein. So, geht doch. Ach, ich bin hier im Zerlegungsraum, oder? Ach, Mensch. Boah, Alter. Boah, Mensch. Boah, Mensch. Kopfschüsse treffen, sehr gut. Wollte eigentlich die Pistole ein bisschen benutzen, aber gut. Will halt nicht immer. Hab ich überhaupt eine Karte von der Gegend? Versuchsgelände. Na, toll. Ganz große Klasse. Ich will da drüben, da drüben hin. Um da hin zu können. Das Teil muss ich nicht zerstören. Ich muss das hier auf jeden Fall zerstören. Das Teil ja nicht. Okay. Ich mach das auch kaputt. Einfach nur sicherheitshalber. Eine antike Münze. Sehr gut. Oh, das war eine Bombe. Und Steroide. Nice. So, dann erstmal die normale Ladung Drogen. Direkte rein. Mehr Kraft in den Armen. Ansonsten könnte ich noch einen normalen Trank zusammenbrauen. Wieso nicht? Und maximale Gesundheit erhöht. Das gefällt mir. Das Versuchsgelände. Das ist riesig. Ich will da... Wisst ihr was? Ich mach hier direkt schon einen Cut. Denn ich mache es noch nicht ganz 20 Minuten. Aber ich hab so das Gefühl, das wird noch ein bisschen länger dauern hier. Also, gut. Ich mach mal hier einen Cut. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Part. Wenn es wieder heißt, let's play Resident Evil 7. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.